Und ich habe jetzt sowieso so aufgeregt, wir haben dir nämlich etwas gemacht und ich zeige dir das jetzt einfach, wir haben, weil ich ja eben deine neue Freundin werden möchte, habe ich dir ein Bewerbungsvideo gemacht. Super. Das schauen wir jetzt. Melanie, ich meine das voll ernst, auch wenn das für mich schwierig ist, etwas ernst zu meinen, aber deine letzten Tage sind sicher scheisse gewesen. Eine Beziehung, die zu Bruch geht, wie das bei jedem zweiten Schweizer Pärchen passiert. Und dazu noch 150'000 Leute, die etwas von dir wissen wollen, was dir gar nichts angeht. Und darum wollen wir dich mit diesem Lied hier ein wenig aufmuntern und dich wissen lassen, es gibt noch sehr viele gutaussehende, rappende, musikalische Männer, die dich lieben. Melanie, 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 oh Melanie. Melanie, 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 Melanie. Melanie, du hast jetzt kreischt es mich, Melanie, 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 oh Melanie, du hast jetzt kreischt es mich, Melanie. Melanie, 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 oh Melanie, du hast jetzt keinen Stress, babe, Melanie. Melanie, wir lieben dich. Super. Ich bin auch total bewegt. Bist du bewegt? Ja, ich sehe es. Gehen wir dann noch in den Ausgang zusammen? Ist gut. Ich müsste dann noch schnell für meinen Sohn organisieren, aber super. Keine Ahnung, wer Zara kann. Zara kommt runter.